Kurt, was ist denn da? Jo, was gedacht Leute? Alex am Start vor Monkey Punch und mein Hund zieht hier gerade übertrieben. Auf jeden Fall hab ich mir was cooles überlegt. Hab mir den Hund natürlich direkt mit rausgenommen als ADB, weil ich habe vor, heute meiner Freundin einen kleinen Prank zu machen. Und zwar sind wir auf eine coole Idee gekommen. Ich werde jetzt kurz mit dem Hund spazieren gehen. In einer halben, dreiviertel Stunde wird da mein Kollege einen treffen und bringt natürlich ein Hühnchen mit. Ja, und das werden wir einfach mal ins Bett werfen und schauen wie sie reagiert. Ich meine, wann passiert das einem, dass einem ein scheiß Hühnchen ins Gesicht geworfen wird, indem man im Bett liegt und gerade am Fernsehen ist? Wahnsinn! Das wird auf jeden Fall gleich abgecheckt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Kameras präpariere, aber ich habe auch noch so Fotolichter. Ich werde einfach gleich sagen, dass ich ein bisschen mit dem Fotolicht rum experimentieren will. Und ja, dann stelle ich das irgendwie auf und das wird schon irgendwie klappen, Alter. Ich bin mir ziemlich sicher. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Bis gleich. Da kommt das Hühnchen. Da kommt das Hühnchen. Sie hat noch keine Ahnung. Das Fenster ist genau da drunter. Wo steht das Ben? Da, weißt du doch. Wenn du reinkommst, renn. Und dann kommen das Pferd an. Da kommt das Pferd an. Ja. Oh Gott, was ist das? Ja. Ja. Das ist ein Hügel. Oh Gott, das ist so gut. Hübsen die was bei uns? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Wer sieht das Ding so gerade steht? Oh, beschimpft mich doch gar nicht. Sie haben die Kuss. Krass. Ich bin ein Kuss. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja, ich bin ein Kuss. Ja, ich bin ein Kuss. Ja, ich bin ein Kuss. Das war's für heute. Das war's für heute.